360-Football hier heute mit Kubern Ito. Er ist da am Start für ein Abschluss-Schuss-Training. Freust du dich? Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir kennen uns mittlerweile seit fünf Jahren. Ich bin sehr stolz auf, was die Jungs hier aufgebaut haben. Und ja Leute, falls ihr auch mal vorbeikommen wollt, eine Top-Top-Training-Session genießen à la Bundesliga oder Schweizer Super-League-Niveau. Dann checkt die Jungs ab, lasst ein Like da, kostenloses Abo nicht vergessen. Ich würde sagen, wir fangen an, oder Jungs? Ja, let's go, let's go. Und ja. Eins. Zwei. Drei. Sieben. Komm noch klein. Ocht. Neun. Und noch einer. Und los. Jawohl. Eins. Komm. Zwei. Letzter. Komm. Und ja. Eins. Zwei. Bam. Bam. Und hinten. Jawohl. Super-Touch. Spielen und hinten. Und gelb. Bam. Ja, okay. Gucksi Gucksi. Spielen und hoch. Und jetzt geht's weiter. Bam. Drüber. Hinten. Mieden. Grande. Spielen. Und gelb. Dann geht's um Technik. Erster Ballkontakt. Ballkontrolle. Und dann muss man unbedingt in die Ecken schiessen à la Harry Kane. Ja. Kannst gleich mit dem Ball mal hier hinkommen. Ich bin auf dieser Seite. Wir spielen hin und her. Also immer nur so eigentlich. Bis ich dann rot oder gelb sage. Wenn ich jetzt rot sage, spielst du noch einmal in der Mitte. Dann kallst du da wieder zu mir. Wieder zu dir. Mitte noch einmal. Also wir haben dreimal direkt spielen. Dann gehst du diagonal hier nach hinten. Ja. Einfach hier, hier. Du gehst so. Und nachher bekommst du den Ball von mir gespielt. Nimmst ihn direkt in den Slalom rein. Machst hier das Slalom fertig an. Und wenn jetzt rot gewesen ist, spiele ich ihn wieder auf die rote Seite. Ball ist dann hier. Ich sage rot oder gelb für welche Ecke du wählen musst. Boom. Rot. Zack. Eins. Zwei. Drei. Ja. Tempo nach hinten. Jetzt. Genau. Nichts. Ja. So ist richtig. Zack. Spielen. Und gelb. Genau. Genau. Zack. Zack. Ah. Guck mal. Gut. Gut. Und rot. Gut. Ja. Sehr gut. Tempo nach hinten. Sehr schön. Jawohl. Weiter, weiter. Gelb. Yes. Sehr schön. Jetzt kommen wir zur zweiten Übung. Bist du noch fit? Ja, aber auf jeden Fall. War intensiv, aber ich weiß nicht. Aber weiter. Ja, auf jeden Fall. Jetzt. Ich sage dir eine Zahl. Das ist eine beliebige Zahl. Eins bis drei. Genau. Zum Beispiel eins. Zwei. Genau. Drei. Zwei. Oh. Und dann kommt der Ball. Schnell zum Ball. Schuss. Eins. Zwei. 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 Eins. Und ja. Jetzt gehen. Gehen, 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 gehen. Und Schuss. Zwei. Zwei. Drei. Eins. Eins. Noch mal eins. Noch mal zwei. Yes. Unkin. Unkin. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Noch mal eins. Zwei. 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 Drei. Und ja. Unkin. 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 Boom. Und jetzt geht es richtig zur Sache. Das ist sicher die anstrengendste. Wir haben verschiedene Schusssituationen. Erster mit dem rechten Fuß. Dann Touch mit links. Abschluss mit links. Dann eins. Zwei. Und dann ein kurzes eins gegen eins. Ich werde das gleich erklären. Die geht noch mal richtig rein. Du startest hier. Löst nach hinten aus. Ball kommt von mir. Du nimmst ihn mit rechts hier in den Lauf mit. Schnellstmöglich abschließen. Dann kommst du wieder entgegen. Ball kommt wieder. Dann mit einem Kontakt mit links hier in die Mitte nehmen. Direkt abschließen. Nachher holst du dir diesen Ball hier. Führst ihn hier herum. So schnell wie möglich. In dieser Zeit verschiebe ich mich auf diese Position. Du spielst mich an. Eins. Zwei. Schuss. Und dann holst du noch diesen Ball hier. Was weißt du eigentlich? Doppelpass. Doppelpass. Ja genau. Nimmst du noch den letzten Ball. Gehst auf mich zu. Ne Finte. Abschluss. Das heißt wir haben vier Schüsse nacheinander. Alles verschiedene Situationen. Kommt. Jawohl. Und jetzt dort. 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 Kommt. Touch in die Mitte. Jawohl. Sehr gut. Oh. Der andere. Der andere. Weiter. Weiter. Kommt. Eins. Zwei. Kommt. Jawohl. Und jetzt eins gegen eins mit dem auf mich. Kommt. Hunde rum. Ja. Finte. Okay. Aber gute Runde. Ab. Jawohl. Kommt. 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 Mach ihn. Mach ihn. Mach ihn. Yes. Und jetzt eins. Zwei suchen. Kommt. Ganz rundherum. Oh. Tempo. Jawohl. Und der letzte. Eins gegen eins. Kommt. Alles geben nochmal. Kommt. Jawohl. Kommt. Sehr gut. Mach ihn noch. Mach ihn noch. Kommt. Ohlala. Übe den Torwart. Können wir geben. Kuba, wie hat es dir gefallen? Ja, es hat auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht. War sehr intensiv. Das ist auch das erste Mal, dass ich wieder so jetzt nach lange am Ball bin. Ich glaube, man hat es auch in einer anderen Übung gesehen. Aber war gut. Wir hatten eigentlich fast alles drin, was man braucht. Vor allem als Stürmer. Viele technische Übungen. Auch mit Abschluss verbunden. Ja, hat mega Spaß gemacht, Leute. Auf jeden Fall. Lange als Rede. Reden. Sehr, sehr großer Sinn. Lasst ein kostenloses Abo da. Wisst Bescheid, wenn ihr top, top Trainingseinheiten wollt mit den Jungs. Ja, dann checkt den Link unten ab. Ja, würde ich sagen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Yes. Bis zum nächsten Mal. Amos, Leute. Gas geben. Like it, like it.